okay man scheint aber wirklich klar ist zu können ich habe man auch hier ein bisschen das kraft noch mal versiegelt nicht dass da noch irgendwas rauskommt oder so okay du hast aber ein waypoint gesetzt oder ich habe hier ein waypoint ja woher hinten ist ein gletscher geil zu meiner zeit hat man sich die sachen noch im kopf gemacht würdet ihr kurz hier auf mich aufpassen oder ich würde mich kurz hierhin stellen und zur Toilette gehen ja da hinten ist ein Gebüsch sag ich äh Moment ich mach kurz Pipi passt ihr auf die Umgebung auf? ich will nicht bei dir in der Nähe stehen wenn du auf Toilette musst ich gehe mal auf den Obsidian das Zeug da oben holen passt du mal mit dem Fächer auf sie auf fächere mal ein bisschen kühle Luftzug beim Pinkeln vielleicht äh fehlt das ich kann es mit der Quarz Pickaxe auch Obsidian abbauen mit der Quarz Pickaxe nehmen das geht nicht schade okay ist ja echt geil hier und ich bin ganz froh dass wir hier hingegangen sind er hat es ja schon mal geil gelohnt das klang am Anfang ganz anders ja ja ich muss gestehen ich war ein bisschen skeptisch aber also mich hast du überzeugt also merke wenn du einen verrückten alten Mann siehst hör auf ihn ja ja das stimmt das kann man in deinem Fall ist das gar nicht verkehrt ich muss mir noch die Finger waschen pfui ne aber jetzt mal ernsthaft Leute jetzt lasst mal gucken wo die Faily ist langsam aber sicher macht mir ernsthaft Sorgen ja das ist im Süden ne hat der Arkans gesagt dem kann man trauen das ist ein guter Typ ich muss mir noch was zu fordern einpacken okay dann mach das okay ich hab was ach so ihr habt ihr noch ein paar Pfeile übrig hier sind ja hier sind noch welche die sind wegen die Hydra ziemlich hilfreich ah ok hast du einen Bogen habt ihr den Lazzoni Block schon abgebaut ja hab ich gerade gemacht ich geh schon mal Richtung Süden wird jetzt echt unruhig also wenn die meinen ich hab sie ja schon fast abgeschrieben aber wenn die echt meinen hier ist auch noch guckt euch das mal an damit er kann es nicht dass wir die verlieren die hat doch keine die hat doch keine Brille dabei ich will nur kurz meine Rüste noch aufpassen wenn du kannst es ja zu zaubern aha was ist das denn ich nehme den Stein hier mit der ist das selten ich weiß es bei mir jedenfalls weiß ich dass der selten ist der Grüne so voll dreckig welcher Grüne stein hier voll dreckig ein jeder Erdbeerkäse na dieser Stein mit dem grünen Zeug ach so wenn ihr weiter Richtung Osten wenn ihr weiter Richtung Osten geht es jetzt ja auch ein riesiges Gletscher ich habe schon gesehen krasser habe ich auch noch nie gesehen die Moskitos nerven glaube ich sollte mich mal waschen oder so dann gehe dich mal waschen nee nee dann kommen sie noch mehr das ist natürliches Mückenschutzmittel Moschus purer Moschus hilft am besten ja hier ne Faye retten und jetzt hier den scheiß Stein abbauen ok ich bin sofort fertig ich kann halt bei so einem Zeug nicht widerstehen so geht es mir auch immer mit dem diese liebe Faye kennt euch wirklich sehr wichtig zu sein ja wirklich ok ok so ach so stimmt ich glaube ich wollte irgendjemand irgendwas mit der Hydra erzählen also der Trick ist die Hydra ist extrem schwer gepanzert ok normale Handgriffe machen sehr wenig Schaden aber wenn sie ihre Schnauze aufmacht um Feuer zu spucken zu lachen oder Feuer zu spucken dann einfach direkt in oh Gott Leute ich bin gerade in der Gegenwart von der Hydra oh oh ist sie auch wo ist sie oh da ist noch ein Grab oh da ist ein Zauberbaum oh das was ist ein Zauberbaum das ist kein Grab das ist kein Grab sieht aber genauso aus nein das Grab hat einen tieferen Boden das da hinten ist die Hydra oh oh wo ist die Hydra oh oh da hinten was zur Hölle was ist das oh mein Gott das ist eine kleine dreiköpfige Schloss eine kleine hier ist aber auch wieder mega viel Stuff ok was macht jetzt oh Akane ist ich oh Gott ey Tera kommen wir denn überhaupt gegen die an ohm ich hoffe es ok ok lass uns uns verteilen wir greifen die von verschiedenen Ecken an ich geh nach hinten oh Gott oh Gott oh Gott oh Gott ok 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 auf sie auf sie ich kann die nicht schlagen oder doch 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 ok ich geh hier von der Seite ich klatsche von hinten bam 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 aber ja ich zieh kaum was ab ja 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 ich weiß aber es geht schon 식 was ist auf die Aua die hat mir hin im Schwanz geahmen ok leute ich muss kurz gehen damit ich mich regenerieren kann sonst hat die mich gleich ja 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 oh oh mein oh Gott oh Gott da kommen kleine Viecher Ach die Scheiße, Alter, wie groß ist das Ding? Okay, aber sie bemerkt mich nicht, sie bemerkt mich irgendwie nicht. Oder ich kann hier irgendwie noch ausweichen. Kann ich den Schwanz treffen von der? Nein, sie macht auch nichts. Nein, du musst auf die Köpfe schlagen. Okay, okay, okay. Wenn die Schnauze offen ist. Okay. Wenn die Schnauze offen ist. Oh Gott, ich bin eben runtergefallen. Aber hier ist ein ganz gutes Versteck, also oh mein Gott. Oh shit, oh shit, ich hab keinen Klatsch. Ich hab keine Pfeile mehr. Oh oh, ich geh auch noch mal kurz zurück. Um mich ein bisschen zu regenerieren. Autsch. Ach du Scheiße, was ist das für ein Vieh? Okay, wir haben Akane ist verloren. Oh oh, wir haben sie ein Viertel down, wir haben sie ein Viertel down. Ja, ich kann wieder drauf. Was ist das? Ich muss mal was essen. Boah, was für ein Vieh ey, was für ein Vieh. Ich treffe die gar nicht. Glaube ich. Du musst nah ran. Mein einiges Schwert hat schon fast aufgegeben. Okay, hier ist aber auch wieder ein bisschen was an schätzen. Muss man ja sagen. Okay, ich komme auch wieder. Ich komme auch wieder. Oh mein Gott, wo bin ich denn? So? Bist du tot? Oh mein Gott. Oh mein Gott, ich glaube ich treffe die überhaupt gar nicht. Okay, ich treffe dich, ich treffe dich. Okay, wenn wir die haben, dann wissen wir gleich was du fährst. Okay, 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 die ist über die Hälfte down, ne? Über die Hälfte down. Die verliert einen Kopf. Die hat einen Kopf verloren. Okay, wir haben einen auf einen Pass. Okay, okay. Okay, okay. Ja, ja, ja. Long, merkst du auch, dass Arcanis langsam von uns geht? Alter, was ist denn? Ja, ja. Okay, okay, okay. Ich treffe... Oh, der zweite Kopf ist weg. Ich bin doch schon da. Das ist doch ein Kopf, aber nicht. Okay, okay. Noch einer weg. Okay, nur noch ein Viertel. Ein Viertel noch. Pass auf. Die Köpfe wachsen wieder nach. Ja, ich sehe es. Aber wir haben sie fast. Okay, ich glaube, wir haben die Verbindung zu Arcanis verloren. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich bin tot, ich bin tot, ich bin tot. Ich bin tot. Oh, oh. Oh, oh. Ich bin wieder da, wo ich letztens war. Ich bin auch fast tot. Ich bin auch fast tot. Ist noch einer da? Nee, ich glaube nicht. Arcanis, wo bist du? Oh, steht nicht. Okay, ich versuche den Zauber jetzt. Ich habe es mir gemerkt. Das ist der falsche Zauber. Okay. Oh Gott, okay, danke schön, danke schön, danke schön. Ähm, okay, ich muss mich, äh, hört ihr die Fail auf? Ich glaube, wir sind ganz, ich glaube, wir sind ganz nah an ihr ran. An ihr dran. Ich muss ein richtig sein. Ja, ja. Okay, ich kann gleich nochmal ran. Alter, wie viele Köpfe hat das Ding jetzt? Ich werde jetzt auf jeden Fall wieder zu meinen Sachen gehen, weil ich glaube, hier irgendwo war die. Ja, ich habe meine Sachen wieder. Alter, ich denke, ihr habt viele Köpfe. Was wieder? Okay, ich gehe drauf, ich gehe drauf. Ich habe auf jeden Fall meine Sachen wieder. Ich habe ja gesagt, im Reinkopf ist die Abschläge, du sagst schon zwei neue. Alter, Alter. Autsch. Oh, oh, ich muss abhauen, ich muss abhauen. Ich habe meine Sachen wieder. Ich bin fast tot. Oh, oh. Hilfe. Hört ihr, das ist Fail, oder? Ja, das ist die auf jeden Fall. Oh, oh. Okay, wir sind auf jeden Fall richtig. Ey, Leute, die lebten. Oh, wie geil, ich könnte gerade heulen, ey. Das ist so geil, mal ein Lebenszeichen von ihr zu haben. Ja, geht doch nochmal. So, ich bin wieder da. Ich habe meine Sachen wieder. Ich werde euch jetzt wieder zur Seite stehen können. Wo ist die? Sie ist tot. Da ist die Hydra. Okay, ähm, ich glaube, wir haben es. Hört ihr mich noch? Ja, aber irgendwie bricht die Verbindung gerade. Ja, ich glaube, die Hydra macht hier irgendwie böse Spielchen oder so. Ich glaube auch. Also, lass uns versuchen, dass wir jetzt nicht voneinander getrennt werden dann. Ja, ja, ja. Also, ich habe das gar nicht mitgekriegt, dass wir die jetzt down gekriegt haben, ehrlich gesagt. Nee? Aber ich habe gesehen, dass sie explodiert ist, ey. Nee, ich habe es nicht gesehen, leider. Also, ich habe es nicht gesehen, weil ich musste meine Sachen holen. Okay, Leute. Arcanis, hörst du uns noch? Yeah. Arcanis? Super. Aber, Leute, jetzt mal ganz ehrlich. War das ein Hirngespinst oder habe ich Fail gerade gehört? Doch, ich habe sie auch gehört, ey. Okay, ähm. Ja. Ja, wir haben die Hydra jetzt erledigt. Oh, mein Gott. Hört ihr das auch? Nee. Ich höre eine Stimme in meinem Kopf. Ich höre keine. Hallo. Jetzt hörst du auch. Faili. Hilfe. Wo bist du? Wo seid ihr? Ich weiß es nicht. Faili, was siehst du um dich rum? Wir sind auf der Suche nach dir. Was siehst du um dich rum? Kannst du beschreiben, wo du bist? Was du siehst? Hier ist es. Ich weiß nicht. Es ist einfach nur schwarz. Ich sehe nichts. Das ist. Ich sehe nichts. Das ist so kalt. Ja, wir haben den Kontakt, äh, den mentalen Kontakt zu Arcanis verloren. Ich weiß nicht, wir sind auch gerade auf uns alleine gestellt. Ich habe keine Ahnung, was wir jetzt machen sollen, aber wir sind auf jeden Fall auf der Suche. Und wir wurden jetzt gerade von den Goblins hier zur Hydra geschickt. Die sollte mehr Informationen haben, aber irgendwie, ja, jetzt ist der mentale Kontakt zu... Oh, oh, was geht hier ab? Ich höre nochmal, irgendwie so ein Monster. Leute, beeilt ihr euch? Weiß er wieder. Nico! Arcanis? Arcanis, wir haben den mentalen Kontakt zu Faili wiederhergestellt. Du musst also ganz in der Nähe hier sein. Feli, was siehst denn du um dich herum? Hörst du uns? Dafür scheint uns heute der mentale Kontakt zu spielen. Okay, ich glaube, sie kann uns nicht hören, aber... Oder nur ein bisschen. Okay, was machen wir jetzt? Lass mal nochmal zurück zu der Höhle gehen und zu dem Aufrüsten. Vielleicht hören wir sie da auch besser, weißt du? Ja, wohin willst du zurück? Also lass mal noch die Höhle abchecken, ob wir da irgendwelche Hinweise finden. Okay. 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 Cool.